Hier in der Konstruktion entwickeln und konstruieren wir Artikel und Werkzeuge, nehmen Änderungen an diesen vor und geben die 3D-Daten zur Weiterverarbeitung an unseren Werkzeugbau weiter. Eine Vielzahl von Ausbildungen für dich im Angebot. 3 Ausbildungsberufe mit top Zukunftschancen stellen wir dir jetzt vor. Als Systemintegrator wird man hier im IT-Team eingesetzt und bekommt dadurch auch viel Praktisches mit. Vom Hardware-Austausch bis zur kompletten Datensicherung eines Computers ist alles dabei. I'm so used to bein' in the wrong, I'm tired of care. Und wieder, wieder aus, siehst Lächer in der Nase und ständig ist dieser Lärm, was so ist jeden Tag irgendwas Neues, jeder Mensch ist anders, jeder Kunde ist anders und das macht die Sache halt einfach extrem spannend. Musik 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 Aber jetzt zeigen wir euch mal die Realität. Musik 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 Guten Tag, du bist wohl der nahe Auszubildende. Mein Name ist Alexander. Hallo Hochschall. Hi, ich bin die Sophie. Wir drei sind Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr der Sparkasse und wir wollen dir zeigen, was sich die nächsten drei Jahre so spannend ist, erwartet. Musik 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 Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!